Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 mit Maru, Shigo, Juli, Kunma, Nils, Sachse, TauTau, Alex, mir noch vor, das Glocke dabei ist Payne und Aite. Hallo Maru! Warum ist Juli so laut geworden? Boah, ich hätte Juli leiser stellen sollen. Ja, hab ich gerade auch gedacht. Ist das Custom? Äh, Custom, nein. Standard. Ah, Rendi! Ja, was denn? Du bist gar nicht gefahren. Wie streckig ist deine Mutter? Die Mutter ist confirmed. Boah, ich hab das verlangt. Infirm von deiner Mutter. Auf Englisch heißt übrigens, Z muss schießen. Wow, ey. Bedankt euch bei TauTau. Wir sind in dem Mangel. Joloko. Das ist ein super Sommerschön. Boah, nicht mitzungen. Payne hat uns da beide rausgedrückt, falls du das Puskisch bist. Oh Mann, oh Mann. Der hat auch voll in die Gascontainer fahren. Nein, nein. Nee, Mann, geh dir ab, Leute. Ich hab nichts damit gesteht. Oh Gott, ich hab nichts damit gesteht. Boah, Juli, du hast einen Wendekreis mit LKW, ey. Boah. Was muss das tun? Wohin, wohin? Fahr doch über die Rappen. Jo, Leute. Karambolage, was ist denn da? Alter, das ist so weit an der Schamke, immer wenn du den Ding anstrebst, bist du fahre. Alles klar. Tür öffnet sich, Tür öffnet sich. Ich dachte, ich komm jetzt nicht über die Rappen. Ich dachte gerade, wer kommt denn da entgegen? Jetzt hab ich's nicht geschafft. Oh, nee. Wo ist eigentlich die Tür? Äh. Was denn? Wo kommt der denn her? Wo ist der Weg? LKW! Ey, der ist wieder der Agrofahrer. Wenn jetzt der andere Zug kommt, dann sind wir im Arsch. Ich hab dich so lange gejagt, ich wollte dich jetzt endlich mal ausschalten. Mach weiter. Ach, für was denn? Was hab ich dir geangestellt? Das ist ja gar nicht. Aber ich war sowieso am Ende der Session wieder gejagt, ohne dass ich was gemacht habe. Ach so, also jetzt machst du einfach was, du bist jetzt gerechtfertigt jetzt, okay. Damit endlich mein Mitbegründer ist, dass die Leute mich kregen. Ey, bei GTA sollte alles kaputt gehen, vor allem die kleinen Klappen. Wieso heißt denn die Map deine Mutter? Äh. Der ist eigentlich der Zug da jetzt gegen dich. Nee, der fährt durch. Ist deiner Mutter gewidmet, die Map. Freddy. Müssen wir da springen? Ich glaub ja, ich spring einfach. Steht der hier scheiße? Ja, war richtig. Und dann? Ah, der kommt auch wieder weg. Dann legt man sich aufs Dach. Kommen wir hier alle drehen? Ne, ich hör mir selbst. Warum seid ihr so leise auf einmal? Nein, das ist ein Auto. Nein, das ist so leise. Was ist das denn gerade? Was war das denn? Hör. Oh, das war ultra knapp, Mann. Wie hab ich mich denn jetzt gedreht? Das war mega knapp, meinst du? Ja. Richtig, oder? Hä? Mega knapp. Alter! Wer ist da noch? War zu weit? Hallo! Was soll ich denn sein? Igo! Ich wusste, ich bin hier nicht allein. Das stimmt schon, aber... Oh nein, Alter. Tauto lacht! Tauto lacht! Ah, wo musst du hin? Hier nicht! Und hinter uns kommt Kunran. Wir sind richtig abhängig. Tauto, dein Auto ist ein bisschen demoliert. Ich hab das Auto nicht so richtig unter Kontrolle, muss ich gestehen. Ne, das Ding, sobald du ein bisschen mit dem Ding lenkst, legt das komplett. Nice, Sachse. Und da ist Dalu. Oh Mann, beste Runde. Das Spiel fühlt sich übelst unflüssig an. Das ist aber echt... Hab ich aber auch gerade. Ne fiese Map. Wie fieses Auto? Hä? Du warst so unglaublich hoch gerade. Hey, ich dachte, du wirst wieder drüber. Irgendwas mit meiner Sonne fahrt, ich richtig. Irgendwas mit meiner Sonne fahrt. Ja, ich finde auch, alle sind leise geworden. Oh, Problem! Wollen wir den LKW? Irgendwie ist alles leise, Autopier. Was macht der da? Nein, da kann ich nichts für euch fahren. Ne, ne. Ich bin vorne gegen die Ecke, muss ich resetten, mein Auto ist schon. Ich muss wieder resetten, ich bin gerade richtig geslappt. Rechts war, ich bin gegen so einen Pöller hier von den Rohrhaltern gefahren. Oh, der Verkehr. Ja, wenn du da bist, wirst du wissen, was ich meine. Ich war ja schon mal da, ich hab die Strecke ja gerade schon einmal gefahren. Ja, aber da wirst du doch nicht drauf geachtet haben. Alex, ey, das ist so los. Ihr werdet immer laut, ey. Irgendwie wird alles leiser bei mir. Ihr werdet immer lauter, ihr müsst alles leiser reden. Wir sind alles leiser. Liegt der auch manchmal über einen Point? Hast du angemacht? Alter! Da musst du schon ziemlich flott unterwegs sein, um den Punkt nicht zu kriegen. Die haben echt ne große Hitbox. Nee, ich hab den jetzt schon zweimal nicht bekommen. Ich musste zurückfahren. Nach diesen Jump-Springen? Ja. Nee, es bleibt einfach auf der Seite liegen. Ist nicht weitergerollt. Was fährst du denn da hin und her? Was fährst du denn da hin und her? Ich hatte gerade neun Hand am Lenken. Das ist nicht mehr normal. Du fährst mit dem Lenkrad? Immer beeindruckend. Sollten wir wieder First Person fahren besser. Oh Gott, ich wusste nicht. First Person war lustig. Ich fand das cool. Ah, hier mal mit dem letzten Platz eliminieren. Ganz cool. Das können wir auch mal wieder machen. Nein, nein, nein. Das hat mich sehr an TTT erinnert. Oh, wer fliegt da denn vorbei? Oh, wer ist denn da hinter mir explodiert? Komisch. Ich wusste nicht, dass ich die Wege hier kreuze. Bei mir ist jede einzelne Achse gebrochen. Aber die Effekte auf die Lenkung ist gegenseitig weg. Boah, der Verkehr ist schon ein bisschen schlug. Wirkt auf dem Monitor halt einfach nicht flüssig. Aber wir standen gerade ein LKW, wir haben von der Kanäle im Weg. Oh mein Gott. Der muss jemand klopfen, der Ersteck. Das war ein Anschlag auf mich. Da vorne Alex, ne? Ja, ja, ich hör dich wieder nicht. Aber ja, ich bin hier vor. Boah, wie kannst du dann antworten? Das wird alles leiser hier. Wieso wird denn alles leiser? Was habt ihr denn für Probleme? Nee, Alex ist der Jens, der Probleme hat. Rainbow Six ist doch nicht cool. Hier machen alle leiser. Der Frontteil meines Autos ist halt drüber. Oh, die Zähne. Das ist gemein. Das ist ein Handicap. Boah, schade, Schigo. Dalo, geh doch mal Schiebeheft. Was hat Schigo? Ich hab einen Hustenanfall, jetzt bin ich drüber. Ja, dann trink was und lass den Controller liegen. Bring dir immer noch was zu trinken vorbei. Das ist Schiebeheft. Das ist Schiebeheft. Das ist Schiebeheft. Wow, das ist Schiebeheft. Und jetzt auf 360. Schöne Motorradfahrer. Ich geb auf. Der Bus. Da ist der Bus, Leute. Der Hust. Der Bus ist schon weg. Da hustest du direkt wieder. Das ist auch eine Ausrede zum Planieren. Genau. So ähnlich wie ich hab Nasenblut. Oder ich hab irgendwie Curry-Soße auf meiner Tastatur bei TTC. Der alte Klassiker. Das war Chili-Soße für Nachos. Du hast das damals gesagt mit der Curry-Soße. Ich schoppe nicht. Ich hab Chili-Soße auf meiner Tastatur. Ja, wie sollen wir sonst Nachos essen? Mit dem Mund? In der Aufnahme mit Nachos. Wie kommt das hier denn? Guckt euch meine Front an. Weil ich da getot war und Nachos essen wollte. Achso. Oh. Dann hört ihr dich wieder auf. Dann hört ihr dich wieder auf damit. Du kannst da rumdrehen. Da ist nicht die Straße. Jetzt war anders lang. Okay. Okay. Welche Front? Du hast aber ja keine mehr. Ja, eben. Wie so ein Skelett. Du bist ein Türkeil. Eigentlich hättest du mal mein Auto sehen. Bevor wir respawnern haben müssen. Dann ist das ein beschissenes LKW. Ein Zombie. Ein Zombie. Zombie-Craft. Zombie-Craft. Wie viel Geld hat's gegeben jetzt? Der Flomben. Äh, hab ich nicht aufgeworfen. 12. Letzte Woche. Ich glaube die Woche war eigentlich noch Double XP und Cash. 23.000. Wie war das nicht nur für, ähm. Ey, hey, 1040. Ui. So, was haben wir jetzt für ne Strecke? Und wie lang ist die? Aber jetzt mitspielen bitte. Die machen wir nur auf zwei. Feucht bis trocken. Ey. Okay. Ah, ich kann, oh. Ich kann die Autos ändern. Oh nein. Die ist das. Oh Gott. Eigene machen wir. Kompaktwagen. Mach keinen Müß. Mach keinen Müß. Mach keinen Müß. Besser als die LKWs, Leute. Eine Runde nur dann? Ja, die Offroad sind langweil. Wir nehmen ein langsames Auto. Okay. Aber hier der Osten connected noch. Oh, ich hätte gerne eigene Wagen gehabt, dann hätte ich meinen Clipper mitnehmen können. Ist doch nur ein Aussie da diesmal, oder? Die Geländewagen sind so wuchtig, dass man sich am Anfang rausfällt. Ja, Österreich kommt auch aus Mosten. Weit aus Mosten. Wenn, dann wenn. Den Marschall bitte. Den Marschall. Wir nehmen jetzt was langsames, was wir noch nicht hatten, weil wir eine Runde hatten. Von der Marschall. Wir nehmen den Tornado. Der klingt schon ziemlich schnell. Ich muss einfach finden, dass so viele Buchstaben sind. Der sieht ja schon so kaputt aus. Tornado. Der kann nicht bremsen. Wer hier am Start weggerammt wird, der kommt nicht mehr ran. Der hat ja eine gute Beschleunigung. Der kommt natürlich nicht bremsen. Ohne Schminke? Der bremsen ist so, dass wir heute die Kurven ernst nehmen. Hashtag No Meng. Was? No Filter. Oh, guck mal, wir haben doch Gitarren hinten mit drin. Ja, wie ein richtiger Gangster. Ah, ok. Der hat auch noch eine reine Strecke da. Oh er ist giflt sein. Oh hier, jetzt. Leute, in einer Stunde bin ich da. Oh, Schiko, jetzt zieht los ey. Ich schiet echt weg. Ey, was wär das für ne geile Gang, wenn die die auf den Gitarren gehen? Ne, Gang! Gitarren Gang! Oh das war die. Ah, ich kenn die Map noch. Ich bin Map voll. als würde man durchgehend im fünften gang fahren ja das auto hier hier ist ein oldtimer wir fahren jetzt überall oldtimer lang wir kommen den Berg nicht hoch, leute fahrt mal ich schubs euch an der Berg wird noch heftiger die Laterne die du umgeworfen hast hat mich zum Überschlag gebracht wer ist eigentlich Elfter das Auto springt da gar nicht ich bin neunter ist das überhaupt legal Katzenohren hier ich verfluche euch nein ich überhole mit ein paar mehr tut mir leid geht nicht jetzt fahre ich wieder 30 das ist gut Nils bin ich vorbeigerast weil ich keine Beschleunigung hier bergauf habe wenn ihr einmal gerammt werdet zahlt ihr wieder auf 0 km richtig du darfst nicht bremsen oder anecken sonst bist du raus sonst bist du raus jetzt fahrt er anständig oh nein Flocke ja ich musste am Berg heute leider anfahren da war Ende fahrt als wärs euer Wagen Alter, der hat Flucke geopfert ich hab's genau gesehen der zieht die High-Speed-Pass-Ware sogar bergab fährt der langsam ja der bremst aus bergab oh Gott Arschloch warum ihn ist kein Arschloch ey dankeschön fahr nicht auf die Strecke zurück oh Gott Frau oh Nils du bist vor mir eingestellt dein Arsch war nicht rum was dein Arsch dreht sich nicht um zu ihm wir kommen nicht mehr ran Items glaub ich oh Gott oh Gott ich muss den Schnellbeck ab oh Gott ich hab das verdient doch ich hab das verdient mega cool oh mein PC ey das gibt es nicht nein einfach drüber über die NPC nein nein Paine geh doch an der anderen Seite vorbei ich wollte vorbei Alter das ist langsam hier vorne geht ich schaff's wieder an ich krieg keinen Boost was Hey, was war das denn jetzt? Der Schigo, Flocken! Letzter ist auch okay. Weißt du was? Maul jetzt! Oh nein! Nein, das war ich. Rinschatten, los! Weißt du, ich bin nicht erster, dann hau ich jetzt alle anderen noch aus. Ich hab's ja! Du wolltest illegal überhoben! Bleib! Boah, wer rammt mich jetzt von hinten? Ah, nein! Wie von heute sonst? Ah! Ich krieg so viel, ey! Alex, mach jetzt nichts Falsches! Ah, Mann! Dieser Windschatten ist so unglaublich stark! Ich hab gar nicht... Was denn? Oh, nee, danke, danke! Komm eh nicht weg, von daher! Ich will wenigstens noch ins Ziel! Ich pass doch nicht durch, du doch! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Ja, 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 ja! Ja, mach mal, mach mal! Ja, ich bin ja dabei! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Nein! Oh nein, der biegt ab! Nein! Ich warte ein bisschen vorm Ziel auf euch! Einen Dalu-Karte hat's gebraucht, mehr mich und mich auf den Elf! Boah, oh, oh, oh! Das ist doch alle! Nein! Da ist das Ziel! Items aus! Nein! Items aus! Nein, Katze im Ziel! Ziel-Katze! Ziel-Katze! Oh Mann ey! Ich wär... So was... Ich wär vor, ich wär zwei Runden gewesen. Ciao, ciao! Wenn das Ding wenigstens ein bisschen Beschleunigung gehabt hätte. Also die Endgeschwindigkeit war schon scheiße, aber die Beschleunigung war ja noch schlimmer. Also ich bin ja die ganze Zeit rückwärts gefahren. Also ich wurde ja dreimal von da rausgehauen. Ja, genau! Du schießt auf der Straße, guckst nach hinten. Oh, sie kommt von da, dann fahren wir mal rückwärts. Das ist Nils sein Auto, damit kann er gut fahren. Nils sein Auto, alles klar. Nils sein Auto. Nils dem sein. Nils sein Auto. Nils sein Auto. Nils! Auto ist raus. Das waren nochmal wieder zwei lustige Testrennen. Dann werden wir mal wieder was anderes ausprobieren. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Mal schauen, was wir im nächsten Part machen. Bis dahin, macht's gut, ciao! Ciao! Adios!